hallo freunde ist kein youtube sport jawohl ich grüße euch und was macht ihr feines gerade schön zu weihnachten die meisten wahrscheinlich bei ihrer familie oder so ja schreibt doch mal in die kommentare wäre doch mal schön zu hören wer von euch noch aktiv ist am 24 dezember 2016 ja was wollte ich sagen ich war jetzt gerade noch einkaufen und dann noch zwei drei sachen geholt die ich jetzt nicht habe jetzt bin ich auf meinem kontostand direkt auf 0,00 scheiße man aber direkt auf den letzten cent habe ich noch einen sechser gekriegt mein kumpel hat euch auch noch was zu sagen ho 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 mary christmas froh weihnachten alle da draußen feiert schön lasst euch reich beschenken und immer schön artig bleiben zu der familie jawohl ich danke dir mein lieber freund und du mein lieber virus bleib artig und mach schön weiter dein hobby es gefällt mir sehr gut ho 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 mary christmas mein ja genau ich stehe jetzt hier gucke mir jetzt gerade mal rein dann gehe ich nach hause ja dann haben die geschäfte auch schon zu denke mal jetzt noch 25 20 minuten dann sind die lehnen zu dann haben wir auf 1400 ja draußen war schön frühstücken ja was habe ich gestern gemacht also bis heute morgen 4 5 uhr habe ich für euch bei daylight aufgenommen habe da noch ein bisschen mit dem holy gespielt die geile sau der war noch am stream gewesen so steht ja der hat dann ganz spontan gesagt ja auch klar warum nicht da wird sagen muss ich doch sagen ja ich grüße alle da draußen auch von mir recht herzliches ho 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 mary christmas ciao mit v euer virus ho 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 mary christmas immer schönartig bleiben familie grüßen freunde sind das wichtigste im leben vergesst das nie ohne solche beziehungen im leben läuft nicht und einem feuchtfröhlichen 24 dezember euch allen da draußen ho 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 hallo freunde des geilen youtube sport grüß euch euer virus falls euch dieses video gefallen hat dann lasst doch einfach mal ein schönes kommentar da für andere sachen gibt es dann einen daumen da oben und falls für mehr dann einfach unten mal den roten button klicken ich würde sagen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal eurer mal des wissens ciao mit v the